Flexibel, innovativ und hocheffizient. Das ist Zieltec, unser vorgefertigtes Deckensystem. Ideal für moderne Bürogebäude wie das Flex in Osnabrück. Der Zieltec Deckenquerschnitt besteht aus drei Schichten und jede einzelne ermöglicht die Integration verschiedener Technologien, passend für jede denkbare Anwendung. Die Zieltec Deckenelemente werden nur bei streng ausgewählten Partnern produziert, wie hier im Betonwerk Büscher. Jedes einzelne Teilstück wird dabei lückenlos überwacht. Material, Konstruktion, die Verarbeitung, der gesamte Fertigungsprozess. Die serielle Vorfertigung aus Beton hat entscheidende Vorteile. Die einzelnen Elemente lassen sich in unseren Partnerwerken besonders präzise und zügig herstellen. Zudem ist die Produktion in Hallen wetterunabhängig und sorgt so für einen besonders schnellen Bauablauf. Serielle Produktion und doch maximal individuell. In jeder einzelnen Schicht unserer Deckenelemente stecken Technologien, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Im ersten Schritt werden Länge und Breite der Elemente bestimmt und an das Ausbauraster angepasst. Der Deckentyp Zieltec B besteht aus einer unteren Platte und tragenden Rippen im Inneren des Deckenholraums. Zieltec Bauteilaktivierung. Ein kombiniertes Heiz- und Kühlsystem lässt sich ebenfalls integrieren und ermöglicht eine individuelle Temperaturanpassung für jeden Raum einzeln. In speziellen Aussparungen können Akustikabsorber und weitere Anschlüsse untergebracht werden. Das sorgt für Planungssicherheit auch bei einem späteren Umbau. Wegen der möglichen hohen Spannweiten von bis zu 20 Metern sind neue Raumaufteilungen jederzeit möglich. Unterzüge oder Abhangelemente werden nicht benötigt und die Lüftung sitzt unsichtbar im Deckenholraum. Je nach Bedarf entstehen in dieser Modulbauweise individuelle Deckenelemente mit allen Technologien und Anschlüssen, die das jeweilige Projekt benötigt. Komplett zusammengesetzt werden alle Elemente auf der Baustelle. Präzise lassen sich die einzelnen Deckenelemente miteinander verbinden und ebenso Leitungen und Anschlüsse. Dabei ist das ganze System zukunftssicher aufgebaut. Sollten später einmal Umbaumaßnahmen erfolgen, lässt sich die Technik raumgenau umstellen. Das gilt auch für die Akustik. In diese Aussparungen lassen sich Schallabsorber integrieren, angepasst an das Ausbauraster des jeweiligen Gebäudes. Sie haben dabei keinerlei Einfluss auf die thermische Leistung der Bauelemente. Die Absorber sind bündig in die Unterdecke integriert. Sie lassen sich außerdem mit Lüftungsauslässen kombinieren. Alternativ können aber auch Beleuchtungselemente eingebaut werden. Die Montage extrem zeitsparend. Dank der Vorfertigung können die Bauteile mit minimalem Zeit- und Materialaufwand montiert werden. Drei Personen benötigen gerade einmal 15 Minuten pro Element zum Verlegen. Innerhalb eines Tages können bis zu 800 Quadratmeter Fläche verlegt werden. Kaum ein System lässt sich so zügig in einen Bau integrieren. Sealtek von Innogration. Innovativ integriert. Innogration. Vielen Dank.